Herzlich Willkommen zu deiner ersten Lektion Selbsthypnose. Ich kann nicht wissen, was du schon über Hypnose weisst oder was du denkst ist Hypnose oder Selbsthypnose. Darum lass uns in diese Lektion mal wirklich tief hineinblicken, was ist Hypnose, was ist Selbsthypnose. Ich staune immer wieder, welche Ängste und Missverständnisse gegenüber Selbsthypnose und Hypnose existieren. Die Leute glauben zum Beispiel, man könne in Hypnose stecken bleiben. Ja, da sage ich immer, selbstverständlich, ich habe die alle eingelagert in meinem Keller, die kommen nie mehr heraus. Andere Ängste sind zum Beispiel, ja, unter Hypnose oder in Hypnose sei man manipulierbar und könne die Kontrolle verlieren. Das heisst, die Angst des Kontrollverlustes ist extrem gross. Ich kann dir garantieren, keine dieser Ängste ist berechtigt. Denn Hypnose und Selbsthypnose ist ein absolut natürlicher Zustand. Du erlebst zum Beispiel hypnotisch ähnliche Zustände beim Autofahren. Wenn du am Autofahren bist, hast du vielleicht selber schon erlebt, dass du wie in einer Trance bist und plötzlich eine Autobahnausfahrt verpasst oder zu Hause ankommst und dich fragst, was ist in den letzten 10 Minuten genau passiert? Hypnose kannst du auch vergleichen mit Kino. Wenn du ins Kino gehst, erlaubst du dir etwas ganz Besonderes zu tun. Nämlich, es ist Hollywood. Aber du gehst mit einer anderen Einstellung in dieses Kino. Du gehst in dieses Kino im Wissen, dass es Hollywood ist, aber du erlaubst dir, näher bei deinen Emotionen zu sein. Du erlaubst dir, deinen Kritiker, deinen Denker, deinen Logiker einfach mal draussen zu lassen. Du bist also im Kino, du siehst diesen Film und du akzeptierst diese Realität da vorne auf dieser Leinwand als deine neue Realität. Und wenn man sich das erlaubt, diese neue Realität, dann wirst du auch etwas erleben mit deinem Körper, mit deinen Emotionen. Du wirst mitfühlen mit diesem Film, du wirst eintauchen in diesen Film und dein Unterwurfssein denkt, das ist die Realität. Und genau um das geht es auch bei der Selbsthypnose und bei der Hypnose generell. Es geht darum, dass hier in deinem Kopf eine Realität geschaffen wurde, eine innere Realität. Zum Beispiel unsere Glaubenssätze. Das fällt mir schwer, es zu schaffen. Oh, das ist schwierig für mich. Oder, ja, ich habe halt jetzt dieses Symptom, es wird irgendetwas kaputt sein am Körper. Wir haben unsere Vorstellungen, wie diese Welt da draussen funktioniert. Aber lass dir gesagt sein, diese Welt, die du da draussen siehst, ist nicht immer die Welt, die auch da drinnen ist. Und umgekehrt, die Welt, die da in deinem Kopf ist, entspricht nicht immer die Welt, die du da draussen wahrnimmst. Nimm zum Beispiel dieses Bild, das du jetzt hier eingeblendet siehst. Das Bild zeigt dir eine Vase und schau mal, was siehst du auf dieser Vase? Was kannst du erkennen? Was zeigt dir dein Unterwurfssein? Frage, siehst du diese neun Delfine auf diesem Bild? Nein? Ich zeige sie dir. Schau dir dieses zweite Bild an. Und siehe da, das sind Delfine. Das heisst also, beim ersten Bild hatte deine Wahrnehmung dieser Delfine gar nicht im Fokus. Für deine Realität gab es diese Delfine nicht. Unsere Realität, die wir als im Kopf haben, die Vorstellung, macht etwas an unserem Körper genauso, wie es im Kino ist. Wenn wir glauben, nicht perfekt zu sein, wenn wir glauben, nicht wertvoll zu sein, dann hat das Auswirkungen auf unsere Gefühle. Unser Denken, unser Verstand beeinflusst also direkt unsere Emotionen. Und die Emotionen wiederum beeinflussen unser vegetatives Nervensystem. Unser vegetatives Nervensystem steuert alles an unserem Körper. Unseren Herzschlag, unseren Puls, unsere Lungenaktivität. Aber unser vegetatives Nervensystem reagiert auch auf Ängste, Druck und Stress. Und Ängste, Druck und Stress kommen oftmals durch einen Film, der da oben abläuft, wie im Kino, aber der nicht der Realität entspricht. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, eine Prüfung steht bevor und du stellst dir schon bereits in Gedanken vor, wie diese Prüfung ablaufen wird, dann kannst du Stress an deinem Körper generieren. Ich möchte dir in den nächsten Lektionen zeigen, was du wirklich mit deinem Wahrnehmung tun kannst, mit deinem Kopf, mit deinem Geist und wie du dich selber beeinflussen kannst, dich auch Erfolg zu programmieren und deinem Unterbewusstsein vorgaukeln kannst, wie die neue Realität für dich aussehen wird. Ich möchte dir zuerst mal das sogenannte Mind Model erklären. Das Mind Model ist ein Modell, wie dein Geist aufgebaut ist. Zum einen haben wir unser Bewusstsein. Du siehst es gerade eingeblendet, dieser Eisberg symbolisiert den oberen Teil deines Bewusstseins. Das sind gerade mal 5% deines Alltages, wo du in deinem Bewusstsein, in deiner Logik, in deiner Ratio bist. Zum Beispiel, wenn du auf einem Excel-Sheet gewisse Zahlen kalkulieren willst, brauchst du Logik und Ratio. Wenn du den Code eingibst von deiner EC-Karte, brauchst du ein bisschen Logik und Ratio. Viel mehr ist es aber im Unterbewusstsein. Wenn du zum Beispiel deinen Code vergisst, der war im Unterbewusstsein. Wenn du zum Beispiel Auto fährst, bist du in deinem Unterbewusstsein. Wenn du liest, bist du in deinem Unterbewusstsein. Wenn du schreibst, bist du in deinem Unterbewusstsein. Und sogar wenn ich jetzt mit dir spreche, bin ich in meinem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist der Rest des Eisberges. 95% spielen sich da ab. Du bist dein Unterbewusstsein. Das, was du fühlst, das, was du denkst, das, was du siehst und wie du auf deine Umwelt, auf die Realität reagierst, ist alles in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Du kannst dein Unterbewusstsein betrachten wie eine große Bibliothek. Eine Bibliothek mit vielen Bücherregalen und mit ganz vielen Büchern. Dein Unterbewusstsein registriert alles und notiert sich alles, was du erlebst. Gefühle, was du siehst, was du riechst, was du spürst und was du schmeckst. Wir haben diese fünf Kanäle und diese fünf Kanäle speichern alles ab in deinem Unterbewusstsein. Was dein Unterbewusstsein auch tut, es macht Verlinkungen und Assoziationen. Stell dir vor, wenn du etwas erlebst in deinem Alltag, geht dein Unterbewusstsein hin und wird prüfen, kenne ich das schon und wird Verbindungen machen zwischen Erlebnissen, Erinnerungen und Gedanken. Genau diese Assoziationen und Verbindungen sind es, die oftmals Stress auslösen können. So kann zum Beispiel eine Situation in einem Flugzeug, wo es Turbulenzen hat, dummerweise und spontan verbunden werden mit einem Erlebnis aus deiner Kindheit. Und das ist schlussendlich Stress. Das heisst, deine Angst ist zum Beispiel gar nicht vor dem Fliegen, sondern die Angst kommt aus der Kindheit. Es geht also, wenn wir mit Selbsthypnose arbeiten, um Emotionen, es geht um Verknüpfungen und Assoziationen in deinem Gedächtnis und es geht um deine Gedanken und deine Glaubenssätze. Und ich werde dir jetzt in den nächsten Lektionen beibringen, wie du deine Emotionen verändern kannst, wie du deine Gedanken verändern kannst und wie du herausfinden kannst, wo diese Verlinkungen und Assoziationen, Verknüpfungen falsch gelaufen sind in deinem Unterwurfssein. Und wenn du diese drei Dinge beherrschst, deine Gedanken zu verändern, deine Glaubenssätze, deine Emotionen zu verändern und die Assoziationen zu verändern, die Verlinkungen zu verändern, dann bist du Meister deines Unterwurfsseins. Ich habe dir noch eine andere Darstellung von diesem Mind-Modell. Was du jetzt eingeblendet siehst, ist dieses Mind-Modell ein bisschen vereinfacht mit dem Kopf, da hast du die Logik, die Ratio und der Wille und im unteren Teil hast du das Unterwurfssein. Dort sind die Gefühle zu Hause, die Gewohnheiten und alles, was uns wirklich ausmacht. Und jetzt ist entscheidend für den weiteren Verlauf des Kurses, dass du dir eine einzige Sache erlaubst, nämlich das, was du tust, wenn du ins Kino gehst. Erlaube dir selbst jetzt mal, deinen Geist zu öffnen für etwas, das neu sein darf. Erlaube dir selbst, deinen Kritiker, deinen Verstand mal ein bisschen auf die Seite rücken zu lassen, zugunsten von einem emotionalen, erleben, zugunsten von ganz, ganz viel Emotion, sodass du dir alles, was du dir wünschst, einprogrammieren kannst. Denn du hast die Power, du hast die Macht, dein Unterwusstsein ist dazu da, dass du Kontrolle übernimmst. Wir werden in der nächsten Lektion mal anschauen, was deine Wahrnehmung wirklich für dich tun kann und was Wahrnehmung ist. Und bis dahin kannst du noch mal dein Mindmodel anschauen, du kannst es dir ausdrucken, du findest unten an dieser Lektion ein PDF und auch diese Lektion ist nochmals im Detail erklärt und wir sehen uns in der zweiten Lektion, wenn es um die Wahrnehmung geht. Bis später. Untertitelung im Auftrag des ZDF, ZDF,